Ich würde jetzt lachen, wenn die Annäherungssensoren hätten. Oh, die verdammten Zinschnurung. Wenn es so weitergeht, sind die tot, bevor sie... ...wovor sie entkommen konnten. Na, einen noch. Tja, ist das jetzt der oder... ...ist der von Bord gegangen? Aber ich denke ja, der ist von Bord gegangen. Ach, du sollst das benutzen und nicht da hochklettern. Ich drücke nicht mal L1. Wo sind sie denn? Nach vorne. Na, komm. Ich komme nicht so weit nach vorne. Mh, ja. Ja, ja, komm. Der hat sowieso nichts für uns. Naja, ein Crewmitglied ist besser als nichts. So, und was ist jetzt mit dem Andentag? Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Stift zu verstärken, Sir. Also, ich bin immer für Verstärken. Aber erstmal... Guck mal hier, was mit dem Knill hier ist. Auf Geilen! Nehmt Druck vom Baum! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! So. So. Ähm. Wie ist das? Ist er schon? Wie ist das? Hm. Moment. Jetzt muss ich nochmal schnell in den Karten gucken. Wie sah die Zielperson nochmal? Oh. Ähm. Ja. Jetzt... Habe ich das jetzt geschafft? Ist das abgebrochen? Läuft die Mission noch? Ich weiß es nicht. Fortschrittsanzeige. Ich glaube, die Mission ist vorbei, weil der es geschafft hat, zu entkommen. Ähm. Ja. Ach. Fortschrittdings. Wir holen erstmal die Schatzkarte und dann können wir uns ja immer noch überlegen, ob wir da nochmal hinwollen. Ähm. Moment. Moment. Hier war die Schatzkarte. Da fahren wir jetzt einfach mal hin. Bevor ich das wieder vergesse. Wir kommen hoch da. Ach. Manchmal ist es echt mühselig, muss ich sagen. Da ist aber eh noch hartmäckig. Oh. Oh. Käpt'n hat das Ruder. Öffnen und trimmen. Wir zerschönen. Ach so. Absegelbergen. Gebt mir etwas wahr. Segelbergen. In die Wand. Alle Segeln. Vieren und Fahrt aufnehmen. Lasst uns den Wind reiten. Soft. Jawoll. Wind reiten. So. Jetzt sammeln wir mal noch hier das Zeugs in unterwegs. Oh. 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 Und ich will doch bloß hier das Zeugs haben. Mehr Segel. Alle Segel. Ich bin gleich mal weg. Ich benötige, wir haben keine Angst vor mir. Ich will euch nichts tun. Nee, ich kenn das Lied immer noch nicht. Das ist kein bekanntes Seeglied. So. Jetzt weiß ich auch, was da immer platzt. Schmeißen den Anker. Ähm, Truhe. Da. Unkartierte Truhen. Na bitte. Gibt es sonst noch was? Ach, solltet ihr doch nicht hinter verstecken, da solltet ihr es aufmachen. Dreistoff. Dabei fällt mir ein. Moment, ich gucke gleich mal. Der nette Mann hat ja gesagt, dass wir unser Schiff jetzt aufwärten können. Ich bin mal gespannt, was. Es ist finster. Ich sollte mich vielleicht ins Bettchen legen. Mmh, 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 mmh. La, 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 la. Ach nee, es war kein Seeglied. Check-Door-Upgrade. 117 Zucker, 95 Rum, 171 Stoff, 178 Metall. Aber was das, ähm, 43 ist, weiß ich leider nicht. Ich denke, wir können uns jetzt was leisten. Ah. Das kaufen wir auf jeden Fall mal. Jetzt können wir die auch mal rammen. Hm. Nur so. Jawoll, nur so. Ähm. Aha. Die Drehbrassen. Äh, Drehbrassen. Ja. Nee. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten kurze Distanz für Schaden an. Stärkere Fässer, äh, Stärke der Feuerfässer benutze ich eh nicht. Tauchglocke. Schade. Die hätte ich jetzt gekauft. Mit der Lagen können beträchtliche Mengen schwere Kugeln. Aha, aha, aha. Mannschaftsquartiere. Können größere Anzahl von Seeläuten untergebracht werden. Hm. Mit diesem können größere Menge Frachtgutsejektor untergebracht werden. Puh. Panzerung des Harpunenbords. Stärke der Harpune. Diese können größere Menge Harpunenbords. Aha. Ja, komm hier. Aha. Das könnte man quasi nochmal kaufen. Voraussetzungen planen. So. Jetzt haben wir erstmal einen Haufen Harpunen mit. Ähm, Mörser. Puh. Rumpfausbau. Ich würde die Materialien gerne kaufen können. So. Jetzt können wir die auch mal schön ran. Mörser. 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 Mörser nun auch auf große Entfernung abfeuern. Halten Sie L2 gedrückt, um den Zielmodus für den Mörser zu aktivieren. Und bewegen Sie er zum Zielen. Aha, aha, aha. Das ist ja cool. Standard Mörser erworben. Mörser erworben. Hm. Schön, das freut mich ein bisschen. L2 zum Zielen. L2 zum Mörser. Ah, aber Mörserkanonen haben wir bloß fünf. An die Stagen, fangt den Wind. Leesegel heißen, los geht. Groß- und Bramsegel. Meine Frau sind die ganzen Fachbegriffe. Leesegel kenne ich noch. Aber Groß... Na, Großsegel auch. Aber Bramsegel, welches das nun ist? Hm. Es ist halt da. Was geht's denn hier von uns? Feuer! Schieß da hin, Sam! Bramsegel! Kanone bereit!